Die Landshuter Hochzeit und die alte Herzogsstadt an der Isar Ein Beitrag von 280 Countries Eines der letzten großen Feste des ausgehenden Mittelalters war die Landshuter Hochzeit im Jahr 1475. Dieser Beitrag lädt zu einem Spaziergang durch die alte Herzogsstadt an der Isar ein, erzählt die Geschichte der Hochzeit und zeigt, wie die historischen Ereignisse heute alle vier Jahre erneut zum Leben erweckt werden. Die nächsten Aufführungen der Landshuter Hochzeit 1475 finden vom 30. Juni bis 23. Juli 2023 statt. Stadtrundgang durch die alte Herzogsstadt Unsere Besichtigung starten wir an der Luitpoldbrücke. Am Zugang zur historischen Stadtmitte steht das mittelalterliche Lendtor. Es erhielt seinen Namen von der ehemaligen Flussländer an der Isar und ist eines der zwei Stadttore, die noch erhalten sind. Wir spazieren bei herrlichem Spätsommerwetter auf der Isarpromenade flussabwärts. Sie bildet hier gleichzeitig den Isaradweg. Restaurants und Cafés haben ihre Stühle im Freien stehen. Der Lendsteg führt hinüber auf die Mühleninsel mit dem Restaurant Rauchensteiner, das sich im Gebäude eines Sägewerks aus dem 19. Jahrhundert befindet. Teile der Bausubstanz stammen sogar aus dem 15. Jahrhundert. Wir gehen jedoch geradeaus weiter an der Isar entlang zum Heilig-Geist-Spital, das im Jahr 1208 in einer Urkunde erstmals erwähnt wird, nur vier Jahre nach der Stadtgründung Landshuts. Es lag damals außerhalb der Stadt und war für die Kranken- und Altenpflege sowie für die Versorgung der Armen zuständig. Im Jahr 1728 wurde das Spital umgebaut, dabei blieben nur einzelne gotische Pfeiler und Gewölbe erhalten. Auch heute noch beherbergt das Haus ein Alten- und Pflegeheim mit 116 Betten. Die Heilig-Geist-Kirche gegenüber ist eine dreischiffige spätgotische Hallenkirche, die heute für Ausstellungen der Stadt Landshut genutzt wird. Wir hatten Gelegenheit, Skulpturen des modernen Bildhauers Fritz König in diesen schönen spätgotischen Kirchenräumen des Baumeisters Hans von Burghausen zu sehen. Die wohl bekannteste Skulptur, Sosphär, von König überstand beschädigt den Einsturz der Türme des World Trade Centers und steht heute im Liberty Park in New York. Wir folgen der Hauptachse des mittelalterlichen Kerns von Landshut, kurz Altstadt genannt. An der Einmündung zur Lentegasse stehen einige hübsche Bürgerhäuser mit gotischen Treppengiebeln und barocken Valuten- und Schweifgiebeln. An der Ostseite der Altstadt steht das imposante Rathaus, das aus drei gotischen Giebelnhäusern besteht. Im Jahr 1380 erwarb der Rath der Stadt das mittlere Haus, in das später der Prunksaal eingebaut wurde. 70 Jahre später wurde das linke Gebäude angekauft, wo sich heute das Tourismusamt mit einem Informationszentrum befindet. Wiederum 50 Jahre später kam noch das rechte Gebäude dazu. Die drei Häuser wurden 1861 durch eine neogotische Fassade miteinander verbunden. Die Stadtresidenz auf der gegenüberliegenden Seite besteht aus zwei architektonisch unterschiedlichen Bauten. Dies ist zum einen der östliche Bauteil zur Altstadt hin, der deutsche Bau, begonnen von Herzog Ludwig X. im Jahr 1536 und umgestaltet 1780 mit einer frühklassizistischen Fassade. Während einer Reise nach Mantua begeisterte sich der Herzog an der Pracht des von Giulio Romano erbauten Palazzo del Tee und verpflichtete daraufhin italienische Baumeister für den weiteren Ausbau der Stadtresidenz. Es entstand nun an der Westseite der italienische Bau, der erste Renaissance-Palast nördlich der Alpen. Unter Experten gilt der italienische Bau als ein Hauptwerk der Hochrenaissance und war als solches auch wiederum Vorbild für spätere Palastbauten in Italien. Besonders der bekannte Architekt Andrea Palladio wurde in seinem späten Werk von dem Landshuter Gebäude stark beeinflusst. Im Süden der Altstadt ragt St. Martin empor, die Hauptkirche und das Wahrzeichen Landshuts. Die hoch- und spätgotische Hallenkirche zählt aufgrund ihrer Ausmaße und ihrer eindrucksvollen Raumwirkung zu den bedeutendsten Sakralbauten Süddeutschlands. Die Höhe des Innenraums mit ihrem extrem schlanken Pfeilern, die das Gewölbe tragen, beträgt 29 Meter. Die bedeutendsten Kunstwerke sind eine Madonna von Hans Leinberger aus dem Jahr 1525 und das monumentale Chorbogenkreuz des Ulmermeisters Erhard, das ca. 1495 entstand. In einem Schrein werden die Gebeine des heiligen Castulus aufbewahrt. Bis zum Jahr 1500 wurde an dieser Kirche gebaut. Sie gilt als das Hauptwerk des Meisters Hans von Burghausen. Um das Jahr 1441 begann man mit dem Bau des höchsten Backsteinturms der Welt mit knapp 130 Metern Höhe. Die Bürgerschaft wollte damit auch den Hoch über der Stadt auf der Burg regierenden bayerischen Herzögen baulich Paroli bieten. Die Burg von Landshut Die von Weitem sichtbare Burg oberhalb der Altstadt sollte dem Namen nach dem Land Behütung und Schutz gewähren. Sie wird erst später ab dem 16. Jahrhundert Drausnütz genannt. Ludwig der Kehlheimer, ein wichtiger Herrscher in der Zeit der Kreuzzüge, errichtete diese gewaltige Festung ab dem Jahr 1204. Im Jahr 1235, als Kaiser Friedrich II. zu Gast in Landshut weilte, war die Burg bereits fertiggestellt. In der Folgezeit bildete sie ein Zentrum der Reichspolitik und der staufischen Kultur. So weilten mehrere Minnesänger, unter anderem auch Walter von der Vogelweide und Tannhäuser, auf der Burg. Von 1255 bis 1503 war die Burg Regierungssitz der Wittelsbacher Herzöge von Niederbayern. Besonders unter den reichen Herzögen von Bayern-Landshut erfuhr sie im 15. Jahrhundert zahlreiche Um- und Erweiterungsbauten. So entstand der Fürstenbau und die neue Dürnitz, die Ringmauern wurden erhöht und erweitert, sowie die markanten Wehrtürme errichtet. Herzog Ludwig X. von Bayern startete im 16. Jahrhundert Burg Trausnitz im Stil der Renaissance aus. Herzog Wilhelm V. scharte hier von 1568 bis 1579 eine große Zahl bedeutender Künstler, Musiker und Komödianten um sich. Später entsprach die Anlage nicht mehr dem Zeitgeschmack. Sie wurde im 18. Jahrhundert Kaserne und Gefängnis, dann wurde eine Wollzeug- und Seitenmanufaktur eingerichtet, ab 1831 gar ein Cholera-Hospital. Im Jahr 1869 wurden im zweiten Obergeschoss des Fürstenbaus einige Zimmer für König Ludwig II. umgestaltet, die er jedoch nie benutzt hat. Am 21. Oktober 1961, früh um 4 Uhr, bricht dem Fürstenbau Feuer aus, das sich schnell ausbreitet. Das Innere des Fürstenbaus stürzt brennend ein und der St. Georgs Rittersaal über der Kapelle brennt aus. Schuld war ein nicht ausgeschalteter Tauchsieder. Heute ist der Fürstentrakt wieder aufgebaut. Einige Kunstschätze und wertvolle Fresken sind jedoch unwiederbringlich verloren. Die Landshuter Hochzeit Im Vierjahresturnus wird die Landshuter Hochzeit gefeiert, die Ludwig der Reiche zur Vermählung seines Sohnes Georg mit der polnischen Königstochter Hedwig im Jahr 1475 ausrichtete. Weit über 2000 Mitwirkende lassen in originalgetreuen Kostümen dieses herausragende Fest mit der ganzen Pracht des späten Mittelalters in unserer Zeit wieder aufleben. Die nächste Veranstaltung findet im Sommer 2023 statt. Im Jahr 1475 regiert im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen seit 35 Jahren Kaiser Friedrich III. Im Teilherzogtum Bayern-Landshut seit 25 Jahren der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Reiche. Sein Sohn Herzog Georg der Reiche ist in Burghausen aufgewachsen, einer der größten Burgen Europas, seit Generationen im Familienbesitz der Landshuter Herzöge. Er wurde mit 13 Jahren bereits zu den Regierungsgeschäften in Landshut zugezogen und rückte zum Mitregenten auf. Im Alter von 20 Jahren ist er der Bräutigam. Die Landshuter Hochzeit von 1475 findet im ausgehenden Mittelalter somit noch in der alten Zeit statt. Die Neuzeit steht bereits vor der Tür. Im Jahr 1471 war in Nürnberg Albrecht Dürer geboren worden, 1473 Kopernikus und 1475 Michelangelo. 1483 sollte Martin Luther folgen und im Jahr 1492 entdeckte Kolumbus Amerika. Im Herbst des Jahres 1475 brach die 18-jährige Braut mit großem Geleit in Krakau auf. Hedwig, geboren 1457 in Krakau, war die Tochter des Königs Kasimir von Polen und Großfürsten von Litauen und seiner Gattin Elisabeth von Habsburg. Hedwig traf nach zweimonatiger Reise am 14. November einem Sonntag in Landshut ein. Zu beiden Seiten von deutschen und polnischen Fürsten in prunkvollen Gewändern begleitet und angekündigt von über 100 Trompetern und Paukern wurde die Braut in die Stadt zur Martinskirche geleitet. Es wird berichtet, dass damals 10.000 Gäste bei dieser Hochzeit anwesend waren. Auch heutzutage lockt das Fest viele Zuschauer nach Landshut. In den Jahren, an denen die Landshuter Hochzeit gefeiert wird, findet an vier Sonntagen im Juli der große Festzug statt. Er startet am Festplatz an der Isar, führt über den Dreifaltigkeitsplatz zur Altstadt, dann um die Heilige Geistkirche herum, über die Neustadt bis zur Jesuitenkirche und von dort auf dem gleichen Weg wieder zurück zum Festplatz. Wir suchen einen guten Platz in der Neustadt, um den Hochzeitszug gut verfolgen zu können. Angeführt wird der Zug von den Stadtknechten mit ihren blumengeschmückten helle Baden, gefolgt von den Stadtpfeifern, einer Kinderschar mit Betreuerinnen und Bürgerpaaren aus der Stadt. Die Musikgruppe Zinknisten und Prosaunisten marschieren vor den Gesandten der Reichstädte Regensburg, Nürnberg, Ulm, Nördlingen, Dinkelspühl, Augsburg, Donauwörth, Frankfurt und der herzoglichen Stadt Straubing mit ihren jeweiligen Standarten. Sie waren auch im Jahr 1475 vom Herzog eingeladen. Dem Rat der Stadt Landshut mit dem Kämmerer, dem Stadtschreiber und den Ratsherren fährt ein Trosswagen mit Stadtknechten voraus, gefolgt von einem Vorreiter mit der Stadtstandarte von Landshut, die drei blaue Helme auf silbernem Grund zeigt. Den Ratsherren folgt das Ratsgesinde, Mägde, Knechte und Torwächter sowie eine Abordnung der Zünfte der Stadt, die Standarten mit ihrem Zunftzeichen tragen. Die Pfeifer des Pfalzgrafen Philipp von Amberg reihen sich vor der Armbrustschützengilde Drausnitzer-Fehntlein und den Markententerinnen auf ihren Wagen ein. Ein schönes Bild geben die Fahnenschwinger mit ihren bunten Schwungfahnen in dieser mittelalterlichen Kulisse ab. Es folgen die Brandenburger, die bei der historischen Hochzeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Markgraf Albrecht Achilles, Kurfürst von Brandenburg, fungierte bei der Hochzeit als Hofmeister und glänzte durch Reden und Organisationstalent. Er führte zusammen mit seiner Gemahlin Anna, Tochter des Kurfürsten Friedrich der Sanftmütige von Sachsen und Schwester der Landshuter Herzogin Amalie, nicht weniger als 1370 Pferde mit sich, fast seinen ganzen Hofstaat und eine Gruppe von über 100 schmucken Edelfräulein. Diese Delegation schließen sich im Festzug Fürsten, Grafen und Edelleute aus Sachsen, Franken, der Pfalz, Württemberg, Österreich und Bayern mit ihren jeweiligen Standarten an. Hier stach im Jahr 1475 Graf Ulrich, der Vielgeliebte von Württemberg, hervor. Seine verstorbene Frau Elisabeth von Bayern war eine Schwester des Landshuter Herzogs Ludwig der Reiche gewesen. Ihr gemeinsamer Sohn, Graf Eberhard VI., hatte die Tochter von Markgraf Albrecht von Brandenburg geheiratet. Die Württemberger führten 582 Pferde mit sich. Businenbläser mit ihren langgestreckten Trompeten laufen vor dem Reisewagen von Margarete, der Kurfürstenwitwe von Sachsen, geborene Herzogin von Österreich und Großmutter des Bräutigams. Die Alte von Sachsen und ihre Enkelin Christine, Tochter des Kurfürsten Ernst von Sachsen, reisten damals mit 385 Pferden. Es folgten kaiserliche Trompeter und Pauker und Bannerträger hoch zu Pferde und Kronen- und Schwertträger. Sie kündigten den damals ranghöchsten Gast an, Kaiser Friedrich III. von Habsburg, reitet neben seinem Sohn Herzog Maximilian, später genannt der Letzte Ritter, verwandt mit Bräutigam und Braut. Der von der Geschichtsschreibung vielgeschmähte Kaiser gab sich beim Fest gesellig. Er führte die Braut zum ersten Tanz, obwohl er zuvor beteuert hatte, zum Tanzen sei er schon ein zu alter Gesell. Der Kaiser war in Begleitung von 600 Personen, Grafen, Herren, Musikanten und Bedienstete. Darunter Herzog Sigmund von Tirol, der Vetter des Kaisers, und Markgraf Albrecht von Baden, die beide 250 Pferde dabei hatten. Herzog Johann von Neumarkt und sein Bruder Pfalzgraf Philipp mit seiner Frau Margarete, einer Schwester des Bräutigams, waren gern gesehene Gäste. Ihre Hochzeit war erst im Jahr 1474 in Amberg festlich begangen worden. Die drei Brüder Herzog Albrecht der Weise, Wolfgang und Herzog Christoph der Starke, kamen mit getrenntem Gefolge mit 609 Pferden aus München zur Landshuter Hochzeit. Albrecht bildete mit seinem Gefolge ein Spalier beim Einzug der Braut vor der Stadt. Albrecht und Christoph konnten auch bei diesem Fest ihre heftige Rivalität um die Herrschaft in München nicht verbergen und so ritt Christoph weiter hinten im Zug. Es folgen nun auch den Salzburger Trompetern die geistlichen Herren. Der Erzbischof Bernhard von Salzburg, der Bischof vom Chiemsee, der Probst vom Berchtesgaden, die Bischöfe von Bamberg, Eichstätt, Augsburg, Freising und Passau und viele Äbte und Ordensleute. Der berittene Herald des Herzogs und die herzoglichen Wachen mit Standartenträgern kündigen nun den Gastgeber Herzog Ludwig der Reiche von Bayern-Landshut an. Er wird in einer Senfte getragen und von seinem Kanzler, dem Leibarzt, den Hofbeamten, Schwertträgern, Falknern und einer Garde in Rüstung mit Aalspießen bewaffnet begleitet. Auch der Hofnarr darf hier nicht fehlen. Nun folgen die Akteure des Ritterspiels, allen voran Herzog Christoph der Starke, der sich beim Turnier besonders hervortat, dazu edle Herren im Hanisch zu Pferd und der Turniervogt, begleitet von Knappen und Lanzenträgern. Die Landshuter Hofkapelle spielt auf, gefolgt von Herzogin Amalie, im Reisewagen begleitet von Hofmeister und Edeldamen, Paschenmeister und Paschen und Junker mit Damen. Den Abschluss der Landshuter Abteilung im Festzug bilden Fahnenschwinger mit Wurffahnen. Die königlich-polnischen Trompeter kündigen die Braut und ihre Begleitung an, einen Junker mit Obristen zu Pferd, edle Herren und die polnische Hofmeisterin mit den Hofdamen. Der Bräutigam, Herzog Georg der Reiche, reitet neben dem goldenen Prunkwagen mit Hedwig der Braut, gefolgt von lichtertragenden Pagen, dem Hofmeister, dem Marschall, polnischen Leibjägern, polnischem Adel zu Pferd, dem Reisewagen mit Begleiterinnen der Braut und dem Brautgutwagen unter Aufsicht von Thomas Trinczynski. Der Vizeschatzmeister des Königs führt das Aussteuerverzeichnis der Braut mit. Nach Ringelstecher und Feuerkopfreitern bildet die herzogliche Hofküche und Schenke, Trommler und Pfeifer und ein Trosswagen mit Marketenterinnen, Reisige mit Hedmann, Moriskentänzer, Komedianten mit ihren Wagen und fahrendes Volk den Abschluss dieses langen Festzuges. Die weiteren Geschehnisse auf der Landshuter Hochzeit im Jahr 1475. Das Brautpaar wurde vom Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr getraut. Anschließend führte der Brautzug durch die Altstadt zum Rathaus. Dort geleitete Kaiser Friedrich III. die Braut am Abend zum ersten Tanz, ehe man die Brautleute unter der Zeugenschaft der Fürsten in einem angrenzenden Zimmer zum Beilager zusammenlegte. Ein Schreiber berichtete, Das Bett war sehr mit kostbaren goldenen Stücken behangen und die Decke auch, desgleichen die Pfühle und Kissen. Bei der Übergabe der Hochzeitsgeschenke am anderen Morgen überreichte der Hofmeister der Hochzeit, Markgraf und Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg, ein goldener Schächtlein mit einem kostbaren Halsband im Wert von 10.000 ungarischen Gulden. Dann folgte ein peinlicher Auftritt von Kaiser Friedrich III., der nichts schenken wollte. Erst nachdem ihn der Markgraf gewarnt hatte, daß ihm eine üble Nachrede daraus entstehen würde, schickte er seinen Grafen Haug von Werdenberg mit einer Brosche, die er selbst auf 1.000 Gulden, die umstehenden Herren aber nur auf die Hälfte schätzten, Essen und Trinken, Musik und Tanz, eine Woche zechfrei für die Bürger. Nach einem Gebot Herzog Ludwigs dürfte während der Festwoche kein Wirt den Bürgern und den Gästen Essen und Trinken verkaufen. Kein Metzger sollte Fleisch, kein Bäcker Brot, kein Fischer Fischfeil bieten. Jedermann sollte seine Verpflegung von der herzoglichen Küche erhalten, die man eigens für die Landshuter Hochzeit in der Steckengasse eingerichtet hatte. Außer der öffentlichen Küche waren beim Weinstadel zwei große Bottiche aufgestellt mit rotem und weißem Wein. Und wer da kam und begehrte Wein, dem gab man auf eine Person und eine Mass auch ein Hoflaibelbrot zu beiden Mahlen, früh oder spät. Überdies lieferte man den hohen Herrschaften die Lebensmittel roh in die Herbergen, wo sie von den eigenen Köchen zubereitet werden konnten. 146 Köche wurden aus der herzoglichen Kasse entlohnt. Die fürstlichen Gäste brachten für das tägliche Ritterspiel während der Landshuter Hochzeit notwendige Pferde und Rüstungen mit, so Pfalzgraf Philipp aus Amberg, Wägen mit Stechzeug, Herzog Christoph aus München, acht Stechrosse, Markgraf Albrecht von Brandenburg aus Ansbach, sogar seinen Harnischmeister. Die Turniere in der Altstadt, denen die Damen von den Fenstern aus zusahen, lösten an den folgenden Tagen Begeisterung aus. Am Freitag verließ der Markgraf Albrecht Achillen die Stadt in Richtung Heimat. Das Fest der Landshuter Hochzeit endete am Samstag mit der Abreise des Kaisers. Zuletzt waren wir im September 2019 in Landshut. Ich reiste mit meiner Frau und wir übernachteten im Boardinghaus Landshut am St. Wolfgangplatz. Es gibt auf meiner Website und auch hier auf YouTube einen interessanten Bericht über die Zweitresidenz der reichen Herzöge. Burghausen mit der längsten mittelalterlichen Festung. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meiner Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil. Wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.